Im Kanton Luzern werden im Jahr 2050 rund 490.000 Menschen leben, das sind 70.000 Menschen mehr als heute. Für den Kanton ist es deshalb wichtig, dass er die bestehende Infrastruktur effizient nützt und das Mobilitätsverhalten grundsätzlich überdenkt. Die junge SVP will mit ihrer Antistau-Initiative, dass sich der Kanton Luzern beim Strassenbau nur nach den Bedürfnissen des Autoverkehrs richtet. Die Initiative will die Leistungsfähigkeit der Kantonstrassen an der Nachfrage des privaten motorisierten Individualverkehrs ausrichten. Das bedeutet, dass beispielsweise auf einer mehrspurigen Strasse nicht einfach ein Fahrstreifen aufgehoben und in eine separate Busspur umgewandelt werden darf. Die Luzerner Regierung und das Parlament sagen Nein zur Antistau-Initiative. Diese passt nicht zur Mobilitätsplanung des Kantons und den Vorgaben des Bundes. Anstatt sämtliche Verkehrsteilnehmerinnen und Teilnehmer gleich zu behandeln, geht es bei der Antistau-Initiative nur ums Auto. Regierung und Parlament haben deshalb einen Gegenvorschlag ausgearbeitet. Dieser will ebenfalls einen gut funktionierenden Verkehr auf den Kantonstrassen, allerdings nicht nur für das Auto. Auch der öffentliche Verkehr, Velos, Fussgängerinnen und Fussgänger müssen auf den Strassen über genügend Platz verfügen. Verändert man die Leistungsfähigkeit der Strassen auf einzelnen Abschnitten, muss dies im umliegenden Strassennetz, also beispielsweise auf Autobahnen, mindestens ausgeglichen werden. Die Luzerner Mobilität soll sich nach dem Planungsbericht Zukunftsmobilität Luzern zu MOLU richten. Diesem Bericht hat das Kantonsparlament im vergangenen März mehrheitlich zugestimmt. ZumOLU will das 4V-Prinzip, nämlich Verkehr vermeiden, Verkehr verlagern, Verkehr vernetzen und Verkehr verträglich abwickeln. Deshalb sagen der Luzerner Regierungsrat und der Kantonsrat Nein zur Antistau-Initiative der jungen SVP und empfehlen ein Ja zum Gegenvorschlag. Untertitelung des ZDF für funk, 2017